Nicht einmal ein Prozent des Weltwassers ist für den menschlichen Gebrauch geeignet. Mit den Auswirkungen des Klimawandels, die gut dokumentiert sind, stehen wir vor einer globalen Krise. Die IWG hat einige der größten Köpfe aus Wirtschaft und Industrie zusammengeführt, um Möglichkeiten in den Bereichen Wassermanagement, Wasseraufbereitung, Wasserreinigung und andere Umweltlösungen zu identifizieren. Unser Team nutzt seinen Erfahrungsschatz und seine langjährigen Beziehungen zu großen Regierungen, führenden globalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und multinationalen Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, um unser Portfolio zu erweitern. Mit unserer ersten großen Akquisition, die jetzt abgeschlossen ist, haben wir eine Reihe von hochprofitablen Akquisitions- und Investitionsmöglichkeiten von Unternehmen identifiziert, die Spitzentechnologie einsetzen, einzigartige Lösungen entwickelt haben und über ein hervorragendes Potenzial verfügen. Wir sind bestrebt, einer der weltweit führenden Anbieter in der Wasserwirtschaft zu werden, wobei wir uns nicht nur auf etablierte, sondern auch auf völlig neue Märkte konzentrieren.